Im österreichisch-beringburgischen Heerlager vor Oppingen starrte Jette mit wachsendem Entsetzen auf die blutüberströmten Männer, die sich aus der Dunkelheit herausschälten. Jeder schien verletzt zu sein. Einer hielt sich den Arm, Türk hatte sich notdürftig eine Binde um den Kopf gewickelt, die im Schein der Lagerfeuer rot glänzte, und zwei, drei weitere hinkten stark. Der österreichische Erkenwald, der mit den Letzten im Feuerschein auftauchte, wirkte unverletzt, zog aber eine Mine, als wären ihm sämtliche Fälle davon geschwommen. Als Jette die Männer zählte, fehlten vier. Ihr Herz verkrampfte sich. Einen Augenblick später aber atmete sie auf, denn nun trat Sixten Stacke in den Kreis aus flackerndem Licht. Ihm folgten Martin von Hallberg und Harro von Stazin, die beiden jüngsten Offiziere im Heer. Nur Hingensdorfs Stückmeister fehlte und würde Stackes Miene zufolge wohl auch nicht mehr zurückkehren. Was ist passiert? fragte Jette. Wir haben Kanonensalven gehört und dachten, unsere Kriegslist wäre gelungen. Es waren nicht unsere Kanonen, sondern die der Franzosen, antwortete Stacke nach einem wüsten schwedischen Fluch. Aber wie konnte das geschehen? Gundobert von Hingendorf, der Kommandeur des Heeres, hatte sein Zelt verlassen und sah seinen Feldwachtmeister Erkenwald fragend an. Erkenwald spie aus, als wolle er den Schrecken über das, was geschehen war, auf diese Weise loswerden. Irgendwie müssen die Franzosen davon Kenntnis bekommen haben, dass wir auf dem Gereonshügel eine Artilleriestellung errichten wollten und haben uns erwischt, kurz bevor wir die Oppinger Hafenfestung unter Feuer nehmen konnten. Wäre es nur eine halbe Stunde später geschehen, hätten wir eine Bresche geschlagen, die uns morgen den Sturm auf die Stadt ermöglicht hätte. Stattdessen sind unsere schweren Kaliber zerstört und der Stückmeister tot. Aber was sollen wir jetzt tun? fragte Hingendorf mit seinem weichen Wiener Dialekt. Ich hatte die Hoffnung, dass diese lästige Partei morgen siegreich beendet werden könnte. Langsam gehen uns die Vorräte aus und die Soldaten haben seit zwei Monaten keinen Sold mehr erhalten. Es wird langsam Zeit, dass Geld kommt, rief Urs Markbein in aufrührerischem Tonfall. Er und die anderen Söldner mochten die Österreicher und Ungarn nicht, die unter Erkenwalds Kommando standen und knapp ein Viertel des Heeres stellten. Jette fühlte wie das Grauen vor dem Kommenden in ihr aufstieg. Lange würde Hingendorf die unzufriedenen Söldner nicht mehr hinhalten können. Dabei war weniger der ausstehende Söld das Problem als die schlechte Versorgungslage. Ohne Geld konnten die Männer eine gewisse Zeit auskommen. Aber wenn sie nicht bald etwas Handfestes zu essen bekamen, würde hier der Teufel los sein. Was den Söld betrifft, kann ich euch beruhigen. Seine kaiserliche Majestät hat einen seiner Emissäre geschickt und dieser müsste inzwischen Rippweiler erreicht haben. Ihr Erkenwald werdet morgen dorthin reiten und den Emissär abholen. Danach schauen wir zu, dass wir General de Valier so richtig einheizen. Auf ewig wird der Franzose Oppingen nicht halten können. Es liegt doch ein bisserl weit von Frankreich weg. Zwei Offiziere lachten pflichtschuldig. Doch Martin von Heilberg, der nur zwei Tagesreisen von Oppingen entfernt in der Reichskrafschaft Behringsburg aufgewachsen war, schüttelte kaum merklich den Kopf. Die belagerte Stadt lag nördlich von Koblenz am Rhein, und dem Fürstbischof von Trier und den Herren der Nassauer Teilfürstentümer gehörte das meiste Land in der Umgebung. Diese Herren würden den Teufel tun, den französischen Nachschub zu behindern, der auf Mosel und Rhein bis hierher verschifft wurde. Eher machten sie dem hier liegenden kaiserlichen Heer das Leben schwer. Im nächsten Augenblick fiel Stackes Hand schwer auf seine Schulter. Ich seh's euch an der Nasenspitze an, dass euch die Sache nicht gefällt. Mir im Übrigen auch nicht. Hätte ich noch Wein, würde ich mich jetzt besaufen, um die verdammten Franzosen zu vergessen. Wein findest du im ganzen Lager keinen mehr, erklärte Jette, die zu den beiden getreten war. Martin senkte den Kopf. Ich habe noch etwas übrig, dann wollen wir euren Wein auf das Wohl des Stückmeisters trinken, den heute der Teufel geholt hat, erklärte Stacke und drückte Jette kurz an sich. Wenn dieser Kriegszug vorbei ist, gebe ich das Soldatenhandwerk auf und sehe zu, dass wir beide ein hübsches Plätzchen finden, an dem wir uns niederlassen können. Unterdessen war Martin in sein Zelt geeilt und rief nach seinem Burschen. Jupp erschien sofort und schüttelte den Kopf, als er den Dreck und das Blut sah, die bei dem Beschuss durch die französischen Kanonen auf Martins Rock gespritzt waren. Ihr solltet etwas vorsichtiger sein, Herr Martin. Es dürfte der Frau Gräfin gar nicht gefallen, dass ihr euch so viel mit diesem Schweden abgebt. Stacke ist kein Umgang für euch. Er ist ein Ketzer und ihr wisst, dass seine Landsleute im Großen Krieg das Gut eurer Familie verwüstet und euren Großvater umgebracht haben. Bei Gott, Jupp, das ist mehr als 40 Jahre her. Ich bin Offizier in diesem Heer und Stacke der Anführer der von unserem Landsherrn angeworbenen Söldner. Wir beide haben ein Ziel und das lautet, die Franzosen aus Oppingen zu vertreiben. Das geht nur mit Kampf und der bringt nun einmal Gefahren mit sich. Bring jetzt den Rest Wein in Stackes Zelt. Wir wollen den Ärger über unseren Rückschlag hinunterspülen. Wir haben keinen Wein mehr, gab Jupp kleinlaut zu. Hingendorfs Diener hat mich, nachdem ihr mit Herrn von Erkenwald und den anderen aufgebrochen seid, um etwas Wein für seinen Herrn gebeten. Und da habe ich ihm die letzten drei Flaschen mitgegeben. Hinkefüßchen säuft meinen Wein, während ich dürsten muss? In seiner Wut bezeichnete Martin den Feldhauptmann mit dem Spottnamen, den ihm einige Söldner angehängt hatten. Ich habe Stacke den Wein versprochen und muss nun mit leeren Händen zu ihm gehen. Martin kam mit hängendem Kopf zu Stackes Unterkunft. Es tut mir leid, doch ich habe zu viel versprochen. Jupp, dieser Unglücksrabe hat die letzten Weinflaschen meiner Mutter an Hingendorfs Diener weitergegeben. Lachend wies Stacke auf eine große Zinnkanne, aus der Haro von Stazin sich eben bediente. Ärgert euch nicht darüber. Irgendwie muss Erkenwald an Wein gekommen sein und hat mir diese Kanne als Trost wegen unseres Fehlschlags zukommen lassen. Einer seiner Dragona hat sie vorhin gebracht. Der Österreicher? fragte Martin verwundert, da Erkenwald bislang immer dafür gesorgt hatte, dass er selbst und seine Leute bestimmt nicht zu kurz kamen. Manchmal geschehen noch Zeichen und Wunder. Kommt, Stazin, schenkt auch für unseren Freund ein. Immerhin teilt er seinen Wein mit uns, wenn seine Frau Mutter ihm welchen schickt. Haro reichte Martin einen vollen Becher. Seinen blitzenden Augen nach musste er schon einiges getrunken haben, und Stacke war ebenfalls nicht mehr nüchtern. Auch Martin trank nun einen Schluck, stellte den Becher aber wieder zurück, denn der Wein wies einen arg bitteren Nachgeschmack auf. Trinkt, forderte Stacke ihn auf. Es ist die einzige Möglichkeit, die beschissene Lage, in der wir uns befinden, zu ertragen. Ganz so schlimm sehe ich das nicht, wandte Haro ein. Irgendwann müssen die Franzosen kapitulieren und uns Oppingen übergeben. Die Franzosen haben diese im Grunde völlig bedeutungslose Stadt vor gut einem Jahr erobert und sie trotz des letztens geschlossenen Waffenstillstands nicht zurückgegeben. Stattdessen sitzt der General-Count de Valier mit mehr als tausend Mann in ihren Mauern und denkt nicht daran, zu weichen. Ich kann euch beiden auch sagen, warum das so ist. Wenn der nächste richtige Krieg mit den Franzosen ausbricht, werden in Oppingen genügend Truppen bereitstehen, um Köln und das gesamte Rheinland zu erobern. Damit es nicht dazu kommen kann, müssten wir de Valier verjagen. Das habe ich doch eben gesagt, antwortete Haro mit einem übermütigen Auflachen. Ihr vergesst den Unterschied zwischen Absicht und Wirklichkeit, mein lieber Stazin. Der Kaiser will die Reichsstadt Oppingen von den Franzosen befreit sehen, aber wenn er ein großes Heer losgeschickt hätte, wäre der Krieg mit dem 14. Ludwig Prompt wieder an mehreren Fronten ausgebrochen. Was also macht der Kaiser? Er lässt hier in der Gegend anfragen, wer für ihn gegen die Franzosen vorgehen will, und der Einzige, der dazu bereit war, ist euer Reichsgraf. Martin nickte mit verbissener Miene. Um ein Heer aufstellen zu können, hat Herr Josef nicht nur drastische Sondersteuern erhoben, sondern auch beinahe jeden Mann zwischen 16 und 60 zu den Waffen geholt. Stacke trank einen weiteren Becher leer und schüttelte den Kopf. Ohne meine Söldner wärt ihr ein Hühnerhaufen, der rennt, wenn de Valier nur einmal in die Hände klatscht. Martin gab dem Schweden insgeheim recht. Ohne dessen Söldner und die Österreicher und Ungarn, die zu ihnen gestoßen waren, hätten die Beringsburger nichts zustande gebracht. Wartements Stacke trank